Für mehr Lebensqualität, Villegase und Spiez, euch auf dem Markt der Wohnigetum. Mein Name ist Markus Gerber. Herzlich willkommen zu unserer Immo-News zum Thema Heizungen für Immobilien. Ich begrüße heute von der Energieschmiede GmbH, Martin Megert. Herzlich willkommen, dass du zu unserer Studie bist. Hallo Markus. Martin, wir haben immer mehr Leute, die eine Liegenschaft haben, die davorstehen, dass sie eine neue Heizung machen sollten. Ja. Was sollen sie machen? Als erstes ist es wichtig zu wissen, ob das Gebäude in Zukunft saniert werden will. Nicht, dass man die Heizung jetzt wechselt und dann das Gebäude saniert, damit sie nicht zu gross ist. Und dann muss man weiterhin wissen, wie viele Leute leben in diesem Gebäude, wie viel Warmwasser wird gebraucht, was für Äusserungen gegeben hätten sie da. Ist eine extreme Beschattung da? Können wir mit dem Lahr-Wärme-Gewinn rechnen? All solche Faktoren müssen wir wissen, dass man die Heizung optimal dimensionieren kann. und dass sie dann auch die richtige Grösse hat für den späteren Gebrauch. Weil eine zu grosse Wärme-Züge ist vom Verbrauch her ungünstig und ist für mich persönlich fast so schlimm wie eine zu kleine, weil sie einfach nicht passt und nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen kann. Verstehen wir das richtig? Die Leute sollten wirklich von Anfang an die Betarschrichtung abklären, dass es richtig definiert werden kann, dass man nicht viel Geld verliert. Genau. Oder nicht, dass sie eine grosse Investition machen, und in fünf Jahren merken, dass das schade ist. Die Heizung ist zu gross, ist erstens zu teuer und läuft dann auch nicht wirtschaftlich. Vielen herzlichen Dank, dass du zum Beispiel in die Studie gekommen bist. Selbstverständlich, wenn du Fragen zum Thema Heizungen hast, steht Martin Megert von der Energieschmiede GmbH als Reichenbach gerne zur Verfügung. Für mehr Lebensqualität Villa Gaza euch macht es fürs Wohnegetum.